jo leute willkommen hier bei planet coaster folge 6 ich bin es euer hanti und wir machen weiter im antipark wir müssen unbedingt was gegen unser geld machen ich muss wohl alles ein bisschen teurer machen jetzt gerade irgendwie nicht funktionieren konnte ich nicht mal hier irgendwie raufklicken und dann da alles klar 5 ist ja doch ein bisschen wenig wir machen mal auf 17 familie pro kind was heißt das jetzt machen wir mal acht so ich hoffe dass das jetzt ein bisschen mehr einnahmen oder mehr geld rein spielt müssen wir hier nochmal gucken finanzen profit insgesamt minus 447 ist auch scheiße dass wir auch auf jeden fall was machen übersicht chief beef ein prozent bei schiefen ok warum ist das so ne machen wir erstmal nichts hin häufer mal auswählen also neuzufriedenheit ist orange keine ahnung was das jetzt bedeutet hier ist alles in ordnung sagte ja das müssen wir mal so lassen jetzt scheiße erst mal drauf müssen wir erst mal hier unsere fahrgeschäfte gucken wie wir das hinkriegen der macht auf jeden fall gewinn jetzt macht ein bisschen mehr gewinn auf 850 hier auch der macht minus knapp 70 geht gar nicht müssen wir wieder auf 5 machen oder machen wir mal so auf 480 scheiß auf und er macht auch richtig dick miese profit insgesamt minus eine millione 1134 eine million das geht auch gar nicht müssen wir jetzt mal auf 550 so dass wir hier wieder ein bisschen im plus sind dann haben wir das hier noch macht auch minus 191 jetzt ist es bei 140 scheiß drauf auf jeden fall weniger schon mal und ich weiß ja nicht können wir für toiletten geld nehmen jetzt rassen wir komplett aus die erste nicht hörst doch das geht nehmen wir mal 50 cent und 11 block 12 haben wir auch 50 cent und ich hoffe dass wir jetzt ein bisschen mehr geld reinkriegen was beleuchtungstechnisch hier aussieht sieht das echt nice aus dann werden wir auf jeden fall ein bisschen weitermachen und ich lasse ihn derzeit auch den park laufen und dann was sind wir ein bisschen weiter auf jeden fall will ich jetzt hier noch mal die beleuchtung noch mal schnell machen bis 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 zur brücke bis zur brücke bis zur brücke sonny gehen ne ah siehste äh wieviel lampe das ist sie doch ja obwohl eigentlich müsste ich mal kurz pause drücken solange es dunkel ist können wir nämlich besser gucken den lichtkegel und so ne ja mit dieser steuerung da muss man auch erstmal klar äh auf klarkommen machen wir den mal hier hin so direkt ja direkt dran war und auf der anderen seite dann genau das gleiche so auf der anderen seite dann aber wo da und da so da alles wir haben aber so wir Licht ist als Star, aber ist okay. Was ich auch noch mal machen wollte ist hier so. Na. Hier natürlich das gleiche. Mach mal so, dass man diesen Nüppel da nicht sieht, ne. Na, sieht auch cool aus. Schön beleuchtet auf jeden Fall. Hier können wir ja auch noch Laternen machen. Das ist ja ein Ausgang, ne. Es ist ja eigentlich schon so ziemlich beleuchtet. Ja, machen wir mal weiter. Boah, ich muss ja echt klarkommen mit der Steuerung. Das ist echt unglaublich. Ein paar Tage nicht gezockt, schon wieder raus. So, ne. Ja. Weiß ich, wo wir uns hier an diese Dinger halten hier. Ach, scheiße. So. Hier noch eins hin. Müsste eigentlich so ziemlich mittig sein. Hier so hin, ne. Ja, läuft. Ich finde das sieht cool aus. Jetzt nochmal das gleiche gegenüber. Was ist eigentlich jetzt scheiße gemacht? So. Hier auch nochmal das gleiche. Hier auch. Immer gut, dass ich mich doch nicht an diese Dinger hier gehalten habe. An diese. Weil, hier sind sie jetzt gegenüber. Hier fehlt der ja. Und einen noch hier hin. Und natürlich das ganze gegenüber auch nochmal. Weil das hier, können wir nur hier machen. Okay. Einen Moment. Setzen wir einfach mal hier hin. Weil ich die Mehltonne nochmal kurz bestellen muss. Ja, machen wir hier hin. So. Ich versuche das Ding jetzt auch hier rein zu kriegen. Ja. Ne, so ist es ungefähr gegenüber, ne. Aber dann machen wir es einfach mal so. Dass es natürlich jetzt scheiße aussieht. So, jetzt ist es verschwunden. Abkommen. Ja. Dann machen wir die Mehltonne nochmal. Ja. So, auf die Kante hier. Kriegen die die dahinter hin? Ja, machen wir mal so. Egal. So sind wir jetzt mit Licht ausgestattet bis zur Brücke, ne. sieht doch schon mal ganz gut aus ich finde es irgendwie nice so dann kam auf jeden Fall die Idee mit Überwachungskameras Moment, jetzt kann ich ja eigentlich erstmal wieder Stell drücken gucken was die Einnahmen nachher sagen also etwas über 2000 haben wir ja es steigt jetzt auch auf jeden Fall endlich endlich was wollen wir jetzt machen ja diese Kameras, wo finden wir die also auf jeden Fall Szenarien Diverses ah ne hier Kameras wunderbar können wir so an Gebäuden ran machen und so oder wie ist jetzt scheiße ja so ne machen wir mal eine hier hin muss jetzt nicht überall so ne Kamera sein, aber dass wir mal wenigstens was haben nehmen wir mal eine hier hin so haben wir erstmal ein, zwei Kameras ja lassen wir erstmal so reicht ja ich hab irgendwie Bock das hier noch so ein bisschen zu beleuchten das Ding hier wie machen wir das denn können wir nicht auch noch irgendwie Nebelmaschine machen oder so Spezialeffekte was haben wir denn hier Ambiente Feuerwehr Wasser Pyrotechnik Elektrizität also Dampf ist ja eigentlich auch Wasser ne ok gehen wir mal auf diverses Rühspritzer wie geil ist das denn das ist einfach nur so ein Strahl naja Dampf mhm Watt mehr nicht mhm ne das ist auch nicht das was ich ähm haben möchte fand ich nicht cool wie soll das denn aussehen geht nix oh jo ja das sieht ein bisschen anders aus ne machen wir mal so das beleuchten wir jetzt nochmal hmm mhm 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 jäsch die sieben beleuchtung da meint ihr das geht Wenn man das jetzt hier von unten macht, oder so. Scheiße, ich komm jetzt nicht mehr hoch. Nein, ich weiß auch warum, vielleicht, weil wir direkt über dem Karussell sind, ne. Okay, dann muss ich direkt da hin und das auch. So, dann brauchen wir jetzt noch Farben dafür. Anpassen. Oh, ne, Mist, 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 Mist. Was lädt er die ganze Zeit? Ah, okay, alles klar. Was für eine Farbe nehmen wir denn mal? Ja, wir haben mal hier so ein... Was ist er, nieder, pink, ich hab keine Ahnung. Ja. Den nochmal schön in die Mitte setzen. So. Ich hoffe, das bringt was. Dann müssen wir jetzt noch irgendwie so ein bisschen... Verstecken. Ach nee, muss ja gar nicht, ne. Es kann ja eigentlich auch frisch sein, oder so, ne. Das ist so klein. Hm. Was nehmen wir denn? dann waruem. Verstecken. ja so kann man es nicht mehr sehen und dann wollen wir mal gucken ob das bei nacht echt wieder leuchtet hier ja cool so haben wir wieder ein bisschen was gemacht ist jetzt nicht viel aber ich meine wir haben jetzt bis zur brücke alles beleuchtet hier noch mal ein bisschen keine special effects mit bisschen licht rum gespielt und kameras so ein bisschen finanzen technisch bisschen was gemacht dass es jetzt ein bisschen besser läuft ich meine es läuft jetzt auch besser wir sehen hier vier millionen 4000 wie ich auf meine millionen mal kommen schön wär's aber es läuft das ist auf jeden fall die hauptsache und eigentlich habe ich noch mal ein bisschen bock jetzt ist ein fahrgeschäft müssen wir noch machen das gibt es ja alle haben wir ja schon das war ja auch schon ein vorschlag so ein tower in die mitte das mache ich auf jeden fall aber jetzt sind wir da noch nicht aber das machen wir auf jeden fall noch mal schön in die mitte rein ja wir können mal gucken was gibt es denn hier noch das ist auch fetzig so ein cube ne das fahrgeschäft gibt es wirklich ich meine alle fahrgeschäfte die hier drin sind gibt es aber was habe ich schon mal gesehen naja wie dem auch sei ich wünsche euch was wir sehen uns bei der nächsten folge euer anti